Ja, das war der Vorgang mit der Infanterie. Ja. Der Vorgang beim Haus stehen bleiben auf der Straße. Jawoll, der Käpt'n noch ein bisschen mit. Die kommen wahrscheinlich von 12 Uhr in der Maus. Ich schicke euch noch mal einen Aufklärer über UNIX Haus. Gegen Aufklärer, da können wir immer genau wissen. Eigentlich müssen wir das jetzt kennenlernen. Diesmal von Süd-Ost nach Nord-West. Mal langsam, genau. Wahrscheinlich in jedem Bus. Ich sehe keinen, den ich euch entdeckt. Alle hinten hier. Also es sind jetzt bei OLEX-Hausenhofer einsehnte Kräfte. Da kommen wir. Bei euch unten, die Garni, müsst ihr die hier rausnehmen. Guck mal oben auf dem Berg. Ich bin da drauf. Das ist mein Rucksack. Wie ist denn da oben? Da muss doch mal der EMA reinhauen. Sehr gut. Gespritzt hat's schon. Eigentlich im Pack auf Able, äh, Leitle Mark. Warte mal kurz mit dem Fahren. An die Panzersquats. Ja, mit dem Krieg. Bei Winden wird jetzt ein Standhaltungs-Einheit aufgebaut. Oh, oh, nix, nix. Wenn ihr irgendwie kaputt seid, könnt ihr euch da oben reparieren. Sehr schön. Aufbruchst, sehr schön. Warte mal. Ja. Warte mal an den Ritten. Jawoll. Obatschki. Halt Schiedsauern. Oh, genau. Jetzt haben sie ihn. Ich glaube, das war sie mit der Bedeutigung. Sehr gut. Warte mal an den Ritten. Warte mal an den Schlosserstellen. Warte mal an den Schlosserstellen. Warte mal an den Schlosserstellen. Naja, bin mir nicht sicher. Ich hab's nur so auf den Tisch überlegen. Ja, so verstanden. Ja, hau mal einen Rittenhaeder ins Haus. Und dann sagt er, wer war's. Oh, macht ja nix. Hau Item Fox. Ihr bleibt gleich. Ihr bleibt gleich. Der Rest geht in Angriff. Wir werden markiert. Ich bin verstanden. Soll ich wieder nach rechts drehen, dann? Äh, drehen mal. Ja, warte, lass erst mal den Turm drehen. Was ist denn da oben? Nee, noch nicht. Du musst mich drehen, Komplassum. Ich baut da grad was. Ich baut da eine Fakten. Wahrscheinlich geht jetzt auch in Angriff, ne? Ja. Sehr schön. Ich muss grad markieren. Gut, aber super. Ist nun wirklich sicher. Sehr schön. Da steht aber, glaub ich, noch irgendwas nebendran. Ja, hau doch mal eine Ritte. Ah je. Super geil. So, dann lassen wir den Turm nach vorne drehen. Ja, das war doch gut. Ja. Ja. Ja.